Und um wenigstens ein bisschen zu helfen, hat die Städteregion Aachen zugesagt, 10 Intensivpatienten zu übernehmen. Aber nicht nur unsere belgischen Nachbarn sind verzweifelt. Auch auf den deutschen Intensivstationen mehrt sich der Frust und vor allem die Sorge angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionen. In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung, warnt heute die Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner. Und da gucken wir um 20.15 Uhr nach der Tagesschau und in einem WDR-Extra genauer hin. Droht wirklich auch bei uns in zwei Wochen die Überbelastung? Ja, diese wichtige Frage, die stellen wir und die gehen wir nach, dann heute Abend bei Ihnen im WDR-Fernsehen. Vielen Dank. Und anders als in Belgien haben wir über das Feiern einer großen Kirmes ja hier bei uns im Westen nicht diskutiert. Aber Montag gibt es, das ist Fakt, weitere Kontaktbeschränkungen und Restaurants oder Fitnessstudios schließen auch, obwohl viele davon gute Hygienekonzepte haben. Aber darum geht es bei den neuen Corona-Maßnahmen eben nicht. Dieser sogenannte Lockdown-Light oder der Wellenbrecher, je nachdem, wie man das nennen möchte, soll ganz generell Begegnungen so stark wie möglich reduzieren. Ja, aber manche Menschen haben seit gestern das Gefühl, nur noch drei Tage machen zu können, was sie wollen. Dann ist Schluss ausgerechnet im grauen und tristen November. Ja, also gehen Sie raus vor die Tür. Ja, und Gänsegürus, das habe ich auch nicht gehört. Oh Mann, dieser November wird einer der leichtesten November ever. Bislang ging in der Pandemie ja in Sachen Großveranstaltungen Konzerte eh schon wenig. Jetzt sind Events für vier Wochen mal komplett verboten. Ja, und dann ab Dezember, also wie geht es dann weiter? Wie können dann vielleicht wieder große Konzerte trotz Corona stattfinden? Diese Frage haben sich Forscher der Universitätsklinik Halle gestellt und Ende August ein Testkonzert veranstaltet, um Antworten zu finden. Auch so stimmungsmäßig wären gute Antworten echt wichtig, denn der kulturelle Lockdown ist hart. Gerade für die, die sonst für Musik leben, aber auch von der Musik leben. Nicht nur die. So, wieder einmal erwischt es die Stadt New Orleans. In der vergangenen Nacht ist der Hurricane Cita auf die US-Golfküste getroffen, zwei Menschen sterben. Es ist bereits der fünfte Tropensturm in diesem Jahr im Bundesstaat Louisiana. Also Hurricanes, Waldbrände, Corona und nächste Woche Präsidentenwahl, die das Land dann zerreißt. Das ist keine einfache Zeit in den Staaten. Und wir, wir sind ganz nah dran an den Menschen dort mit unserer Handy-Doku-Soap. Denn US Diaries, Folge, beziehungsweise Staffel 3, muss man sagen. Und heute geht es um die Briefwahl. Donald Trump schwadroniert ja seit Wochen über Wahlbetrug. Und was Millionen von Amerikanern aber offenbar wenig interessiert. So viele wie nie zuvor haben ihre Stimme bereits jetzt abgegeben.